Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Reihe Lecture and Film. Bereits im fünften Jahr, muss man sagen, und da sind wir tatsächlich ein klein wenig stolz drauf. Das ist eine wunderbare Reihe. Wir haben schon viel erlebt. Viele Gäste sehe ich auch jetzt hier nicht zum ersten Mal, sondern schon seit vielen Jahren, die das hier miterleben und schätzen. Und ja, ich möchte direkt anfangen mit nicht nur der Begrüßung von Ihnen, sondern auch von unseren Partnern, ohne die eine solche Reihe tatsächlich nicht möglich wäre. Und da zunächst unsere Mitveranstalter neben dem Deutschen Filmmuseum sind das Institut für Theater, Film und Medienwissenschaft natürlich zuerst zu nennen. Vinzenz Heliger, Marc Siegel, ihr seid wirklich der Motor dieser Reihe. Das kann man nicht anders sagen. Ihr habt die Referenten wieder ausgewählt aus aller Welt. Und es ist uns ein großes Vergnügen, das mit euch wieder realisieren zu dürfen. Dafür schon mal einen herzlichen Applaus. Danke euch. Ganz besonderer Dank gilt auch jemandem, der neu hinzugekommen ist quasi bei dieser Reihe. Das ist das Exzellenzcluster Normative Orders von der Goethe-Universität Frankfurt. Denn Sie haben es wahrscheinlich gemerkt, der Eintritt heute war frei. Und das wird ja auch bei den 13 weiteren Lecture-Veranstaltungen sein. Und das ist wirklich etwas ganz Besonderes, dass wir einen Partner eben gefunden haben mit dem Exzellenzcluster, die wirklich so gesagt haben, wir gehen voll mit ins Boot. Wir finden das so klasse, was ihr hier macht. Und wir sagen, diese Veranstaltung sollen mit freiem Eintritt behaftet sein. Und ja, ich sage schon mal herzlich willkommen, Klaus Günther. Toll, dass Sie hier sind, der Sprecher des Exzellenzclusters. Dankeschön. Dank gilt natürlich auch Rebecca Schmidt, Linde Storm und Michael Graf vom Exzellenzcluster, die das Ganze im Vorfeld bearbeitet haben und möglich gemacht haben. Weitere Mitveranstalter natürlich auch die Hessische Film- und Medienakademie und Anja Henningsmeier ist heute auch hier. Auch das nochmal ein Applaus. Vielen Dank, dass ihr wieder im Boot seid. Dankeschön. Unsere Kooperationspartner nenne ich natürlich auch gerne. Das ist zum einen logisch bei einer französischen Reihe das Institut Franco-Allemand de Sciences Historique et Social, besser bekannt als das Institut Francais. Und ja, da danken wir besonders Céline Lebray, die uns leider verlassen hat, beziehungsweise Frankfurt, aber auch Pierre Monet. Das ist eine wirklich tolle Zusammenarbeit in den letzten Jahren schon gewesen und auch heute wieder. Dazu kommt dann noch der Masterstudiengang Curatorial Studies, der mitbeteiligt ist. Und Stefanie Reus ist nochmal zu danken. Und natürlich auch, wir gehen zum ersten Mal über nicht nur Stadtgrenzen, sondern sogar Landesgrenzen hinaus. Die Universität Mainz ist vertreten mit dem Institut für Filmwissenschaft von der Johannes Gutenberg Universität. Das sind unsere Partner bei dieser Reihe. Und ja, nochmal ein Applaus für alle Kooperationspartner an dieser Stelle. Ich habe es gesagt, fünftes Jahr, das heißt, wir haben schon einige Themen erledigt, wir haben schon über einiges gesprochen, viel erfahren. Es fing damals an mit der Neueröffnung dieses Hauses im Jahr 2011. Da haben wir parallel zu unserer Dauerausstellung ein Begleitprogramm gemacht. Im zweiten Stock unserer Ausstellung finden Sie eine Abbildung der einzelnen Gewerke des Filmschaffens. Also die Kamera, der Schnitt, die Kostüme, all das findet sich dort wieder. Und wir haben damals angefangen, Lectures zu veranstalten, wo wir jeweils einen Experten zum Thema eingeladen haben, nach einem ganz ähnlichen System und dann eben auch danach drüber diskutiert. Und dann ging es aber eigentlich erst richtig los, als dieses Jahr vorbei war. Jean-Luc Godard war das erste Thema. Und ich glaube, auch in diesem Jahr werden wir uns wieder, immer wieder mit diesem Namen beschäftigen dürfen. Denn ja, diesmal zwar dann aus Sicht einer Frau, sie gilt nicht umsonst als die Mutter der Nouvelle Vague, manchmal sogar als Großmutter der Nouvelle Vague bezeichnet worden, Agnes Varda. Und ja, haben sich vielleicht auch sogar gegenseitig irgendwie beeinflusst. Da werden wir sicher einiges erfahren. Agnes Varda, das ist vielleicht auch noch ganz spannend zu sagen, hat dieses Jahr die Goldene Palme für ihr Lebenswerk in Cannes bei den Filmfestspielen bekommen. Und das als allererste Frau überhaupt. Das ist etwas wirklich Besonderes. Und es ist auch bei uns die erste Frau in der Reihe, denn wir haben nach Godard Andy Warhol und Pierre Paolo Pasolini dann als Thema genommen. Genau, wenn Sie das noch begeistert und Sie noch mal was nachschauen wollen, können Sie gerne auch auf unseren Homepages nachlesen. Denn pierre-paolo-pasolini.de sind sämtliche Vorträge noch mal eingestellt. Und wir können uns auch schon mal freuen, am 14. April 2016, also wenn Sie die Jahresplanung für nächstes Jahr schon mal beginnen, da soll Agnes Varda im Idealfall zu uns kommen, wenn alles klappt. Sie ist 1928 geboren, also schon 87 Jahre alt, aber topfit. Sie hat gerade ihren neuesten Film abgedreht. Das soll ich Ihnen schon mal ausrichten. Auf den können wir uns unter Umständen auch freuen. Ich möchte gerne aber auch die Gelegenheit nutzen, bei einer solchen Reihe noch mal generell über das zu sprechen, was es für uns bedeutet, ein solches Thema, eine solche Reihe über so einen langen Zeitraum auch zu gestalten. Es ist unsere Verpflichtung und unsere Leidenschaft als Kinomacher tatsächlich einen Ort wie das Kino lebendig zu erhalten, als kulturellen Ort eben auch. Und dieses Filmvermitteln, das ist hoffentlich kein Pflichtprogramm, ganz im Gegenteil. Über den unterhaltenen Aspekt hinaus, den Film natürlich hat, ist Film eine Kunstform, was hierzulande leider immer noch viel zu selten wahrgenommen wird. Und was ganz besonders auffällt, wenn wir uns jetzt einer Filmemacherin widmen, in deren Heimatland das ganz anders aussieht, nämlich in Frankreich. Und ja, deswegen sind wir ganz besonders froh eben auch, dass unsere Lectures sich interdisziplinär jener Kunstform Film widmen können. Das Kino stellt sich in unserer heutigen Zeit immer wieder neuen Herausforderungen. Und das ist ganz im Banalen. Jeder von uns zu Hause hat wahrscheinlich einen großen Bildschirm. Viele haben auch ein gutes Soundsystem, manche sogar eine Leinwand und ja, eine Art Minikino zu Hause. Das ist selbstverständlich legitim und ja, freut uns natürlich auch, dass das Interesse am Film weiter ungebrochen ist. Aber der Kinobesuch selbst, das ist die Königsklasse des filmischen Erlebens. Gerade in Zeiten von permanenter Ablenkung und Störung durch technische Geräte. Wir alle haben ein Smartphone dabei oder viele von uns Tablets. Es ist ein ganz unbeschreibliches Gefühl, dann in einem so dunklen Raum zu so vielen zusammenzukommen und sich auf eine ganz andere Welt einzulassen, eine andere Realität, ohne Internetzugang zwei Stunden lang in diese einzutauchen. Und wir kennen das alle. Danach gibt es ein Gefühl, wir wollen darüber sprechen. Das ist die Chance, die Kino hat in der heutigen Zeit und die wir ganz besonders nutzen wollen. Sei es durch Einladungen von Filmemachern, was wir bei diversen Reihen tun, durch Filmfestivals oder eben durch Referenten und Experten aus aller Welt, so wie es jetzt bei den Lectures der Fall ist. Ja, und wenn ich unsere Filmreihen bisher anschaue, die Lectures und auch noch viele andere, kann ich sagen, dass Kino und die Filmgeschichte stecken in keiner Krise. Bis weit nach Mitternacht wurde hier jedes Jahr bei diesen Donnerstagen rege und leidenschaftlich diskutiert. Und das auf höchstem intellektuellem Niveau, wage ich jetzt mal zu sagen. Selbst nach sechs Stunden Sleep von Andy Wall saßen wir hier vor zwei Jahren nicht alleine in diesem Saal. Das waren tatsächlich noch, ja, ein gutes Drittel war gefüllt. Und das ist etwas, ja, da staunen selbst wirklich Leute, die das seit vielen Jahrzehnten machen. Filmemacher, Wissenschaftler haben mir schon gesagt nach einem Besuch, unglaublich, dass es so etwas heute überhaupt noch gibt. Und manchmal auch, das gibt es nur in Frankfurt. Denn die Besonderheit bei uns ist jetzt auch in dieser Reihe, und das ist wirklich toll, dass es auch jetzt bei Agnes Wader wieder so ist, wenn ich hier ins Publikum schaue, dass eben nicht nur Studierende diskutieren, sondern es ist tatsächlich ein Treffpunkt für alle, die sich für Kino interessieren, die sich für Filme interessieren, die, ja, über den universitären Nachwuchs hinaus philosophisch, kunstgeschichtlich, romanistische Ansätze, filmwissenschaftliche Ansätze oder einfach nur durch pure Filmbegeisterung sich austauschen möchten. Und das auf Augenhöhe und, ja, über diese Filme, die die Referenten für Sie, liebes Publikum, ausgewählt haben. Apropos ausgewählt, wir haben auch immer noch ein Begleitprogramm zu dieser Reihe, jeweils mittwochs und samstags um 18 Uhr. Das soll dann den Horizont der Reihe um Agnes Wader noch ein bisschen erweitern. Das ist ein kuratiertes Programm, was so den Fokus auf die Einflüsse ihrer Arbeit, aber auch, was sie bewirkt hat, zeigen will. Und da fangen wir jetzt im November an mit Frühwerken der Nouvelle Vague, unter anderem Frühwerke von Claude Schabroll und Chris Marker, die ich Ihnen sehr ans Herz legen mag. Und im Dezember hat dann Michel Piccoli 100. Geburtstag. Und das ist natürlich auch für Agnes Wader sehr relevant. Und da werden wir auch einige Filme zeigen. Also ich kann Ihnen das nur ans Herz legen, da auch immer mal wieder einen Blick in unser Programmheft zu werfen. Im November ist ja auch Agnes Wader schön vorne drauf mit Les Plages, Agnes. Da freuen wir uns natürlich sehr darauf, dass wir Ihnen auch da wieder ein schönes Begleitprogramm präsentieren können. Ja, Kino ist live. Viele Personen sind daran beteiligt. Sie alle wissen das. Nicht nur der Vorführer, auch im Vorfeld, bis die Kopien hier sind. Wir versuchen immer wieder die bestmögliche Kopie des Filmes zu bekommen. Und ich glaube, gerade bei dieser Reihe wird uns das gelingen. Denn es ist die Produktionsfirma von Agnes Wader selbst, Cine Tamaris in Paris, die uns frisch digital restaurierte DCPs, also Digital Cinema Packages, zur Verfügung stellt, im Original mit englischen Untertiteln. Und das ist ein echter Genuss, sich das anzuschauen. Diese Veranstaltungen hier kosten nichts. Und das ist wirklich großartig, dass das möglich ist. Mit diesem freien Eintritt des Exzellenzcluster Normative Orders macht das möglich. Und zwar eben wirklich nicht nur heute, sondern bei allen 14 Veranstaltungen. Das Begleitprogramm ist davon aber ausgenommen. Das wollte ich an dieser Stelle nur noch mal sagen. Es gibt vielleicht auch den einen oder anderen unter Ihnen, der noch Geld bezahlt hat für ein Ticket heute Abend, weil er es zu früh gekauft hat. Genau, dann gibt es die Möglichkeit, dass Sie an die Kasse gehen und dann bekommen Sie es gegen Vorlage des Tickets natürlich zurück. Ja. Genau. Ansonsten möchte ich einfach auch nur noch auf die Homepage zur Reihe wieder hinweisen. Auch diesmal wieder werden wir alles aufzeichnen und Mitschnitte machen von den Vorträgen und von den Diskussionen danach. Das Ganze werden Sie sehen auf anjes-varda.de. Diese Seite haben wir eingerichtet und alles wird ungekürzt dort dann zu sehen sein. Ja, bevor ich nun an Vincent Zediger gleich als Referent des heutigen Abends das Wort übergebe, möchte ich natürlich zunächst noch darauf hinweisen, dass Klaus Günther vom Exzellenzcluster noch ein paar Worte an uns richten wird. Und danach wird Marc Siegel, der ebenfalls einer der Initiatoren dieser Reihe ist, Vincent Zediger noch vorstellen. Ich wünsche Ihnen und uns allen erhellende, spannende und zugleich wirklich unterhaltsame zehn Monate mit der Reihe Lecture in Film Agnes Vada, Selbstporträts von anderen. Viel Vergnügen. Nun Klaus Günther. Keine Sorge, es wird ganz kurz. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Vincent Zediger, es ist mir eine große Freude und eine Ehre, Sie heute Abend im Namen auch des Exzellenzclusters Herausbildung normativer Ordnung begrüßen zu dürfen. Die Lecture Filmreihe Selbstporträts des Anderen, der Anderen, das Universum von Agnes Vada veranstaltet der Exzellenzcluster in Zusammenarbeit mit dem Kino des Deutschen Filmmuseums Frankfurter Main und einer Reihe weiterer wichtiger Kooperationspartner. Besonders danken möchte ich Vincent Zediger, er ist assoziiertes Mitglied in unserem Exzellenzcluster für die Idee und Gestaltung zusammen mit Marc Siegel dieser Reihe, sowie unsere Geschäftsführerin Rebecca Schmidt, die heute Abend selber gerne auch gekommen wäre und an meiner Stelle hier gesprochen hätte. Aber sie ist leider erkältet und hat einfach keine Stimme. Und das ist eine schlechte Voraussetzung dafür eben zu reden. Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit dem Kino des Deutschen Filmmuseums und ich danke besonders der Leiterin der Kinoabteilung, Frau Natascha Gitzers, sowie Herrn Urs Spöri für die Veranstaltung und die Organisation und das Kuratieren dieser Film- und Lecture-Reihe. Für den Interdisziplinären Forschungsverbund Herausbildung normativer Ordnung an der Goethe-Universität ist, dass bereits die zweite öffentliche Veranstaltung mit der Kombination von Film und Vortrag in den beiden vergangenen Semestern, vielleicht waren einige von Ihnen dabei, hatten wir eine Filmreihe über Gesetz und Gewalt im Kino, sowie Verbrechen und Strafe im Kino. Das fand allerdings an einem anderen Ort im Museum für moderne Kunst statt. Und damit sind wir eben auch an die Stadtöffentlichkeit herangetreten. Das wurde veranstaltet von Martin Seel und Angela Kepler, das stellt die Verbindung zu dieser Reihe her, wird hier am 14. Januar auch in dieser Reihe sprechen. Warum macht so ein interdisziplinärer Forschungsverbund wie der Exzellenzcluster so etwas wie eine Kino-Reihe? Wir haben die interessante Erfahrung gemacht, dass Kunstwerke und vor allem Kinofilme eine Quelle der Anregung und der Inspiration für die Wissenschaft sein können. Insofern ist über viele Semester hinweg der Film fast, könnte man sagen, so ein Leitmedium für uns geworden, weil Filme es ermöglichen, einen Blick auf die Realität zu nehmen, bei dem man etwas entdeckt, was man so bisher vielleicht noch nicht gesehen hat und auf diese Weise zu neuen Fragen kommt oder einem etwas aufhält, was bisher in der eigenen wissenschaftlichen Arbeit nicht berücksichtigt worden ist. Filme provozieren und je besser Qualität voller Filme sind, desto besser. Dabei haben wir kein instrumentelles Verhältnis zum Film. Ich weiß das auch von Kollegen von mir, ich meine, ich bin Jurist, Kollegen von mir, die sozusagen professionell sich mit Ästhetik und Kunst beschäftigen, die immer wieder darauf hinweisen, dass die Kunst autonom ist und Widerstand leistet gegen allzu schnelle und einfache Vereinnahmungen. Das ist uns natürlich auch klar. Wir suchen nicht Filme deswegen aus, weil wir denken, wir können unmittelbar daraus was für unsere eigenen wissenschaftlichen Fragestellungen lernen. Aber oft sind Filme provozierend und gerade wenn sie widerständig sind, wenn sie sich einfach in Deutungen verschließen, sagen, stellen sie eine besondere Herausforderung da. Und gerade bei solchen Themen wie Gesetz und Gewalt oder Verbrechen und Strafen, also die Titel der beiden vergangenen Filmreihen, die wir veranstaltet haben, in dem gleichen Format, also mit Filmvorführung, Vortrag und Diskussion, konnte man die Erfahrung machen, dass gerade anspruchsvolle Werke, also ich denke zum Beispiel an Denzer in the Dark von Lars von Trier, die sich eben keiner einfachen Deutung öffnen und besonders geeignet sind, die eigenen Voraussetzungen und die eigenen Vorannahmen in Frage zu stellen. Und das denke ich, ist jetzt sozusagen nochmal eine besondere Herausforderung, diese Filmreihe hier mit Film von Agnes Wader, weil sie nicht nur ästhetisch anspruchsvoll sind, sondern gleichzeitig natürlich auch immer einen zeit- und gesellschaftskritischen Bezug haben, sich aber gegen eine einfache Vereinnahmung oder gegen eine Deutung im Sinne einfacher politischer Positionen gerade verschließen. Und das regt natürlich besonders was zur Reflexion an. Weil wir mit unseren Ideen und Fragen an die Öffentlichkeit treten wollen, legen wir großen Wert darauf, dass es keine Zugangsbarrieren gibt zu diesem Dialog zwischen Wissenschaft und Kunst in dieser Film- und Lecture-Reihe, vor allem keine finanziellen Barrieren. Deswegen haben wir durch unsere Beteiligung eben diesen kostenfreien Eintritt hier zu dieser Vorlesungs- und Filmreihe ermöglicht. Damit auch wirklich jeder Zugang hat, stellen wir die Filme auch auf unsere Homepage. Also nicht nur hier, sagen die, auf der Homepage des Filmmuseums können Sie diese Vorträge und Diskussionen noch einmal nachverfolgen, sondern wenn Sie auch auf unsere Homepage schauen, www.normativeorders.net, können Sie sich das auch dort dann nochmal anschauen. Wir sind sehr gespannt auf die Filme, die Vorträge, aber nicht zuletzt auch auf die Diskussion und erhoffen uns weiterhin viele provozierende Fragen und Anregungen für unsere eigene Arbeit und würden uns freuen, wenn Sie davon auch profitieren. Vielen Dank. Guten Abend. Diejenigen von Ihnen, die schon bei einer unserer Filmreihen, Film- und Lecture-Reihe dabei waren, sei es zu Godard, zu Warhol oder zu Pasolini, wissen schon nicht nur, wer Vincent Hediger ist, sondern auch, was ihn ausmacht. Er ist aus der Schweiz. Stimmt, davon redet er gerne und das ist etwas, was uns verbindet, Ausländer im deutschen Wissenschaftsgebiet. Nicht jeder Schweizer kann mit einem solchen Charme und einer Leichtigkeit von Deutsch ins Englische und dann ins Italienische und dann ins Französische und dann wieder zurück ins Deutsche kompetent und spontan übersetzen. Vinzenz kann. Natürlich trägt er viel mehr zu diesen Veranstaltungen bei, als nur kompetent, charmant und entspannt es uns zu ermöglichen, miteinander diskutieren zu können. In der Tat haben wir es ihm zu verdanken, dass es überhaupt diese Reihen gibt. Zumindest die letzten paar Jahre. Er hat jede der Reihe fast im Alleingang konzipiert. Im Absprache mit mir natürlich. Er kennt fast jeden, der renominierten Gäste persönlich. Und er überrascht mich zumindest immer wieder, wenn er mit seinem tiefen Schweizer eloquenter Gemürmel während einer Diskussion eine Frage stellt, die plötzlich den Film aus einem ganz neuen Licht ansehen lässt. Mal redet er von Details der ökonomischen Theorie, mal liefert er historische Information zur Situation der Subproletariat Italien in den 50er Jahren, mal erläutert er eine einschlägige Punkt in der ästhetischen Theorie Adornos. Und ja, mal redet er auch vom Film. Aber vom Film in alle seine technologischen, ästhetischen, formalen Facetten und von Filmgeschichte in der ganzen Welt. Es hätte mich nicht überraschen sollen, weil ich mich mit seinen unzähligen Veröffentlichungen ein bisschen auskenne, die sein breit gefächertes Wissen beweisen. Ich vermüde niemanden, außer Vinzenz hat schon alles von Hediger gelesen. Die circa 90 Aufsätze, 20 Übersetzungen, circa 15 herausgebrachte Bücher, um nur einige zu nennen. Und er ist noch jung. Für ein deutscher Prof. Die Texte sprechen so viele verschiedene Aspekte der Film- und Medienwissenschaft an, dass es schwer vorstellbar ist, dass sie alle aus einer Hand stammen. Aber wir haben es nicht mit einer zu Gutenburg-Situation zu tun hier. Hediger hat doch alles selbst geschrieben. Von Reflexionen über Medienkompetenz im digitalen Zeitalter zur Gefühle im Kino, von Industriefilmen zu Carmen Miranda und Barbara Streisand von Philosophie zu Popcorn. Sein grundlegendes Buch zum Kino-Trailers trägt den schönen Titel Verführung zum Film. Ich kann kaum jemanden vorstellen, der einer besser zum Film oder zur Filmwissenschaft verführen kann oder könnte, als mein Kollege, mein Freund, mein ehemaliger Mitbewohner, Vinzenz Hediger, Professor für Filmwissenschaft der Goethe-Uni. Ich freue mich, wieder Gelegenheit zu haben, von ihm während einer Film- und Lecture-Reihe überrascht zu werden und bin gespannt auf das, was er uns zu Jane Birken und Agnes Warda heute Abend erzählen wird. Begrüße mit mir Vinzenz Hediger. Wow. Zu Glück saß ich in der ersten Reihe, ich war jetzt die ganze Zeit so rot wie der Vorhang. That was too nice. Klaus Günther und ich haben uns gerade noch darüber unterhalten, dass es für dieses Format gewissermaßen einen weit zurückgehenden historischen Vorläufer gibt in der Frankfurter Schule, zu der ja der Exzellenzcluster verschiedene Filiationsbeziehungen unterhält. Es ist bekannt, dass Jürgen Habermas in seiner Bonner Studienzeit zusammen mit Günther Rohrbach, der danach einer der wichtigen Produzenten des neuen deutschen Films wurde, in Bonn fleissig Filme besucht hat und danach anschliessend nicht weniger als zwei Stunden jeweils über den Film diskutiert hat. Also da müssen wir mit unseren anderthalb Stunden noch ein bisschen an uns arbeiten. Portrait, Skizze, Entwurf über Jane B. Bach-Agnès, oder Jane B. Bach-Agnès W. und Kung Fu Master, zwei Filme von Agnes Warda. Der Vortrag, ich versuche mich kurz zu fassen, gliedert sich in drei Teile etwas unterschiedlicher Länge zu jeweils den Kapiteln Portrait, Skizze und Entwurf. Es gibt eine Regel im klassischen Hollywood-Kino, die besagt, dass die Schauspieler nicht in die Kamera blicken dürfen. Wenn sie es tun, so die gängige Rechtfertigung für diese Regel oder dieses Blickverbot, dann zerspringe die Illusion, die Illusion, in der solche Filme uns lassen, dass wir einem Geschehen beiwohnen, das sich auf der Leinwand zuträgt, als würde es auch ohne unsere Anwesenheit und ohne unser Zutun stattfinden. Schauspieler in Filmen blicken die ganze Zeit in Richtung der Kamera, aber stets an der Kamera vorbei. Rear Window von Hitchcock zum Beispiel ist ein Film, dessen Protagonist temporär an den Rollstuhl gefesselt ist und das Leben in seinem Hinterhof beobachtet, fotografisch dokumentiert. Er tut eigentlich den ganzen Film über nichts anderes als schauen, intensiv, aber, wie das Bild zeigt, immer an der Kamera vorbei. Ausnahmen von der Regel gibt es natürlich immer. In Komödien sprechen Figuren mitunter direkt in die Kamera, wie etwa in dieser berühmten Szene aus Woody Allen's Annie Hall, in der Allen einen grossspurig über McLuhan daherredenden Professor in einer Warteschlange zum Kino zum Schweigen bringt, indem er den kanadischen Medienteoretiker selbst hinter einem Reklameschild hervorzieht und ihn bestätigen lässt, dass der Professor von McLuhans Arbeit gar nichts verstanden hatte. McLuhan spricht sein Verdikt, Allen wendet sich zur Kamera und sagt, Boy, if only life were like this. Oder dieses Beispiel in einer der erfolgreichsten sogenannten Quality-TV-Serien der Netflix-Produktion House of Cards spricht der Protagonist der Kongressabgeordnete Frank Underwood, der später durch einen politischen Mord zum amerikanischen Präsidenten aufsteigt, regelmässig in die Kamera, in einer Art Back-Channel-Communication mit dem Publikum. Für das ist allerdings eine Adressierung, für die es allerdings ein Modell aus dem Theater gibt. Das ist ja durchaus ein umstrittenes Merkmal dieser Reihe. Es gibt Leute, die das überhaupt nicht schätzen. Ich zum Beispiel. Martin Seel. Ich finde es auch nicht gut. Aber es gibt ein historisches Beispiel und das ist das Aside, die Adressierung des Publikums im elisabethanischen Theater, zu dem natürlich auch das Shakespeare-Königstrama gehört, an dem sich House of Cards ein Vorbild nimmt. Eine weitere Ausnahme, so liest man manchmal in Lexika, sei das Musical, in dem der Blick in die Kamera auch erlaubt sei und häufig vorkomme. Aber wenn man genau hinschaut, dann gilt auch im Musical eigentlich, an der Kamera vorbeischauen, ist die Regel und fängt, wie Sie hier sehen, schon beim Plakat an. So sehr die Regel, dass der direkte Blick in die Kamera zu vermeiden sei, auch die Kraft einer verbindlichen Norm hat, so findet sie sich doch nirgendwo ausdrücklich formuliert oder niedergelegt. Es gibt keinen Gesetzestext der hollywoodianischen Regelpolitik, in dem sich diese Normen als Artikel 1 oder zumindest 2b finden und zitieren liesse. Die Regeln der Poetik des dominanten Erzählkinos haben Filmwissenschaftler Ex-Post-Faktore konstruiert. Die Praktiker der Kunst behandeln sie als Teil eines weitgehend impliziten und informell tradierten Wissens. Das Kino von Agnes Varda kennt auch Regeln, aber andere als das Hollywood-Erzählkino und überdies solche, die dann auch gleich noch ausdrücklich formuliert werden und mitunter im Film selbst. Zu Beginn von Jane B. bei Agnes V. lädt die Regisseurin Varda ihren Star, die Sängerin und Schauspielerin Jane Birkin, die zugleich Anlass und Gegenstand des Films ist, zu einem Treffen in ein Pariser Café ein. Ich habe festgestellt, sagt Varda zu Birkin, dass du in Interviews und auf Fotos immer an der Kamera vorbeischaust. Was in einem anderen Film keiner Erläuterung bedürfte, verlangt hier offenbar noch eine Rechtfertigung. Ist ein Problem. Schau in die Kamera, sagt Varda in einem ermutigenden Tonfall. Es ist notwendig, dass du in die Kamera schaust. Regarde, il le faut. Das ist mir peinlich, sagt Birkin. Warum? Weil es zu persönlich ist, antwortet Birkin. Es ist, als würde ich dir beim Reden in die Augen schauen. Daraufhin Varda. Stell dir vor, du würdest in einen Spiegel schauen. Der Film, den sie zu drehen sich vornimmt mit Birkin, wird so sein, als, wie sie dann sagt, würde ich dein Selbstporträt filmen, sagt Varda. Birkin wird in dem Spiegelbild nicht immer alleine sein, fügt Varda hinzu. Und, sie sehen den Clip dann gleich, wir sehen nun Varda in dieser Szene in einem Wald vor einem Spiegel stehen. Es wird auch die Kamera geben, sagt Varda, und wir sehen die Kamera im Spiegel. Sie ist ein wenig wie ich, sagt Varda über die Kamera. Und manchmal, sagt Varda, werde ich auch selbst erscheinen, im Spiegel oder im Blickfeld, dans le miroir ou dans le champ. Daraufhin Birkin, dich anzuschauen, macht mir keine Mühe, aber bei der Kamera habe ich das Gefühl, dass es sich um eine Falle handelt. Das ist keine Falle, sagt Varda. Im Kino gibt es 24 Porträts pro Sekunde. Es genügt, wenn du die Spielregel befolgst und so oft wie möglich in die Kamera schaust. Lassen Sie uns die Szene kurz anschauen, Clip Nummer 1. Du hast akzeptiert, diesen Film zu machen, und jetzt musst du dich auch an die Spielregel halten. Und die ist eben, schau in die Kamera. Und da gibt es noch einen Doppelsinn, tu regardes la caméra ou tu ne me regardes pas. Also, wenn du nicht die Kamera anschaust, dann gießt du mich nichts an, heisst das auch noch. An Jane Birkin interessiert Varda, wie sie später im Film sagt, dass ihr zu Birkin so viel einfällt. Dass sie mit, dass Birkin mit ihrer androgynen Schönheit eine Vielzahl von Assoziationen und Projektionen auslöst und zu einem eigentlichen Reigen von Szenarien und Situationen einlädt, in denen Birkin dann gezeigt und porträtriert werden kann, von einem Kriminalfilmfragment über ein Tableau vivant nach Titian bis zu einer Pastiche eines Laura und Hardy Films mit Birkin als einer Art Female Drag Performer. Die Szene am Anfang des Films, die Sie gerade gesehen haben, führt uns das vor, was wir das generative Prinzip dieses Reigens von Situationen und Bildern nennen könnten, die Sie dann sehen werden, und noch etwas mehr als nur das generative Prinzip dieses Films. Es ist die Szene, wie Sie mittlerweile gemerkt haben, während der unsere Reihe ihren Titel verdankt, die Szene, in der Varda die Poetik des Filmporträts, das sie dreht, mit Jane Birkin erläutert, und zwar der Porträtierten ebenso wie dem Publikum. Es ist aber eine Szene, von der ich behaupten möchte, dass sie uns eine Reihe von wichtigen Dingen über Agnes Vardas Poetik überhaupt verrät. Der Film stammt aus dem Jahr 1978. Wenn man so will, ist er in etwa in der Mitte des Werks von Varda anzusiedeln. Und Sie wissen, Varda arbeitet immer noch und eignet sich auch deswegen ganz gut als Einstiegspunkt. Das erste Element von Vardas Poetik, das wir aus dieser Szene ableiten können, lautet Kunst folgt Regeln. Kunst ist nicht ein Produkt einer spontanen Eingebung, der Ausdruck von Inspiration, eine Frage des Genies, sondern eine Frage der Anwendung von generativen Prinzipien. Das ist an sich weder neu noch originell. Der Bau eines griechischen Tempels folgt Regeln, die Sonnettform mit dem Versmaß des Alexandriners gehorcht Regeln und bildet eines der Paradigmen der klassischen französischen Literatur. Die Sonnatenform ist eine Assemblage von Regeln und die Schnittfolgen und Kamerapositionen des klassischen Hollywoodfilms folgen Regeln. Das zweite Element von Vardas Poetik lautet allerdings, Der künstlerische Akt besteht nicht in einem künstvollen, virtuosen Erfüllen der Regeln, sondern im Erfinden der Regeln, in der Formulierung von eigenen Regeln, einer Spielregel eben, der Regle du jeu, die als generatives Prinzip der Kunst dienen kann. In diesem Fall lautet die Grundregel Regarde, il le faux, eine Regel des Spiels, das Vardas mit Perkins spielt, und eine Regel, die genau das Gegenteil dessen stipuliert, was das dominante Erzählkino mit Blickstrukturen anfangen will. Das Regarde, il le faux, ist Vardas künstliche Setzung und wenn man so will, alles weitere ergibt sich daraus. Die Spielregel, Vardas Setzung, die sich über alle anderen Regeln, welche die Form sonst diktieren könnten, hinweg setzt, Entschuldigung, das ist die Spielregel, Vardas Setzung, die sich über alle anderen Regeln hinweg setzt, welche die Form sonst diktieren könnten. Jane Beeb, auch ein ESV, ist ein Porträt, kein Biopic. Wir erfahren viel über die Lebensgeschichte der Porträtierten, aber nicht in einer chronologischen Abfolge, wie man sie aus der Filmbiografie kennt. Die Forderung, dass ein Werk eine gelingende organische Einheit von Stoff und Form, von Teilen und Ganzen sei, ein Kriterium des Gelingens eines Werks aus der Kunsttheorie des 19. Jahrhunderts, hat etwa für Vardas so keine Gültigkeit. Schon in ihrem ersten Kinospielfilm, La Pointe Courte, von 1954, über den Richard Neubert im Sommer sprechen wird, bricht mit der organischen Einheit von Teilen und Ganzen. Der Film handelt von einem jungen Paar, das in einem südfranzösischen Fischerdorf über die Frage einer möglichen Trennung nach fünf Jahren Ehe sinniert. Der junge Mann stammt aus dem Ort, die Frau aus Paris. Der Film zeigt das Leben der armen Fischer im Gestus eines neorealistischen Films mit Amateurdarstellern und Realaufnahmen und die Beziehungsnöte des jungen Paars in Sequenzen, in denen eine literarisch gewählte Ausdrucksform eine Entsprechung in atemberaubend stilisierten Bildkompositionen findet und eine Musikbegleitung auf der Höhe der musikalischen Moderne der Zeit. Zwei Stilregister, die Vardas beides souverän beherrscht und die doch nie zu einer Einheit eines Werks im klassischen Sinne zusammenschießen können. Auch das ist schon eine Spielanordnung. Zwei klar identifizierbare, klar benannte generative stilistische Prinzipien, dasjenige des Neorealismus und dasjenige einer filmischen Moderne, die Alain Genaise Filme Hiroshima Mon Amour und L'Annie Dernière Marienbad in ihren Grundzügen um fünf respektive sieben Jahre vorwegnimmt. Zwei Stilprinzipien, die an sich unvereinbar scheinen, nebeneinander, gegeneinander gestellt. In einem Film, der sich buchstäblich damit vergnügt, zwei Spiele gleichzeitig zu spielen. In diesem Zusammenhang ist übrigens anzumerken, dass Alain René Schnittmeister bei La Pointe Courtois war, zusammen mit Anne Saroth, der Tochter der Schriftstellerin Nathalie Saroth, einer Protagonistin des Nouveaux-Romans der 1950er Jahre. Wenn man Vardas Poetik der Spielregel, der Regle du jeu, deren Setzung sich über die tradierten Regeln der Kunst hinweg setzt, genauer situieren, historisch, kulturell, dann gilt es zunächst einmal festzuhalten, dass Varda in gewisser Weise eine Quereinsteigerin ist. La Pointe Courtois drehte sie, ohne sich vorher ihre Sporen in der französischen Filmindustrie abverdient zu haben. Varda ist ausgebildete Fotografin und sie arbeitet bis heute auch als bildende Künstlerin, Installationskünstlerin und Fotografin. Ihr Kino fängt schon einmal damit an, dass sie sich nicht an die Regeln hält, der Karrieregestaltung und der Filmgestaltung. Und sie ist damit, das wird uns Richard Neubert genau erklären im nächsten Sommer, die eigentliche Begründerin der Nouvelle Vague, der Filmbewegung in Frankreich, die mit dem Kino der Väter brach und eine neue Epoche der Filmgeschichte beginnen ließ. Eine Entsprechung findet Vardas Poetik der Spielregeln und der geregelten Spiele, unter anderem in der Literatur. Schriftsteller wie Raymond Kino oder Georges Perec, die gemeinsam die Gruppe Ulipo bildeten, das Ouvroir de Literature Potentielle, bezogen mit ihren Werken Stellung gegen den Inspirationskult des Surrealismus und für eine spielerische Literatur, die aus der Anwendung mitunter von fast schon mathematischen Formeln auf den Schreibprozess entstanden, Bücher, wenn man so will, die aus Algorithmen entstehen. Das vielleicht bekannteste Buch von Kino etwa, der von Haus aus Philosoph und Mathematiker war und übrigens in der Philosophiegeschichte eine wichtige Rolle gespielt hat, weil er das berühmte Hegel-Seminar von Alexandre Kojew in den 30er Jahren aufgezeichnet hat, das die Hegel-Rezeption der Poststrukturalisten ganz wesentlich geprägt hat. Also Kino, Philosoph und Mathematiker, hat das, oder sein berühmtestes Buch sind eben die Exercises du Stil, ein Buch, das von einer kurzen Schilderung einer Szene ausgeht, in der ein Mann einen Bus zu erreichen versucht. Diese Szene dekliniert Kino über das ganze Buch hinweg durch alle Stilregister hindurch, wobei er jeder Variation eine eigene Regel gibt. Es handelt sich teilweise um Pastischen, um Stilparodien. Die Diktion der klassischen französischen Literatur wird aufgerufen, verschiedene Slangformen. Es gibt aber auch Variationen, in denen Silbersilben wiederholt oder Wörter umgedreht werden oder alles in Anagrammen formuliert wird. Georges Perrec, wiederum baut, der andere grosse Literat des Ulipo, baut etwa in seinem 1978 erschienen Roman «Vie mode d'emploi», eine ausführliche Beschreibung der Vorgänge in einem Mietshaus aus Teilen zusammen, deren Anordnung an der Springer-Konfiguration im Schach orientiert ist. Er komponiert den Text so, dass ein Einstieg ins Buch von jedem seiner 99 Einzelteile aus möglich ist. Das Buch trägt im Untertitel auch die Genrebestimmung «Romans» mit «S», also Romane und nicht nur ein Roman. Es gibt auch komplizierte Diagramme, wo man die verschiedenen Wege, die man durch das Buch finden kann, dann aufgezeichnet findet. Nicht die organische Form des Romans stiftet hier die Regel, sondern das Schachspiel und das Puzzlespiel sind die Bezugsgrösse. Ganz in diesem Sinne darf man sich auch Vardas Zugang zum Kino denken und mit einer solchen Spielregel, die sich um die üblichen Regeln der Kunst flottiert, aber selbst ein eigenes und zugleich enges und offenes Formprinzip etabliert, verfährt sie auch in «Chan B. Bach-Aniezwee». Was also wird in dem Film für ein Spiel gespielt? Zunächst ein Spiel mit Spiegeln, bei dem es um Schönheit geht. Die Szene am Anfang von «Chan B. Bach-Aniezwee» mit «Birkin, dem Spiegel und der Kamera und Varda», in der die Spielregel erklärt wird, dass «Regarde, il le faut», erinnert an eine frühere Szene aus dem Werk Vardas, die berühmte Hutladenszene aus Vardas «Cleo de Saint-Cassette» von 1961. In «Cleo», den uns Kathrin Peters am 3. Dezember im Detail erläutern wird, spielt Corinne Marchand, eine auffällig grosse und schöne blonde Frau, die Chanson-Sängerin Florence, bekannt als «Cleo», die an einem Mittwoch, einem späten Nachmittag in Paris, das Resultat einer Krebsuntersuchung erwartet, unruhig durch die Stadt irrt, zunächst in Begleitung ihrer Zofe und Assistentin, mit der sie unter anderem eben den Hutladen aufsucht. Das Thema der Geschichte von «Cleo», der umjubelten Sängerin, die eine Krebsdiagnose befürchtet, ist durchaus die Faszination und zugleich die Flüchtigkeit der körperlichen Schönheit. Lassen Sie uns diese Szene kurz anschauen. Die Regisseure der Nouvelle Vague sind bekannt dafür, dass sie auf der Strasse in Paris drehen und die Stadt als Kulisse benutzen. Von einem der grossen Vorbilder von Godard und Truffaut, von Fritz Lang, hat ihnen das den Vorwurf der Kunstfeindlichkeit eingetragen. Die Regisseure der Nouvelle Vague so lange in einem legendären Interview mit Charles Hayer würden einfach alles in ihre Filme packen, was ihnen vor die Kamera laufe. So gehe das aber nicht. Das sei eben nicht Kunst, denn Kunst, so Fritz Lang, sei Selektion und Stilisierung. Kunst sei immer eine Kunst des Auslassens. Agnes Varda, diese Szene anschaut ohnehin, würde man von diesem Vorwurf von Fritz Lang noch deutlicher ausnehmen müssen als ihre etwas jüngeren männlichen Kollegen. In der Hutladenszene ist die Stadt Kulisse, gedreht wird auf der Strasse oder praktisch auf der Strasse. Man kommt aber nicht umhin, die kompositorische Raffinesse dieser Szene zu würdigen, vor allem das Spiel mit den Spiegeln, in denen die Protagonistin und ihre beiden Zuträgerinnen in unterschiedlichen Konstellationen erscheinen, wieder verschwinden, wieder auftauchen. Damit befasst im Übrigen die Schönheit der Titelheldin noch um einen passenden Hut zu verfeinern. Die Szene verbindet, wenn man so will, eine Poetik des Alltagslebens, wie sie für die Nouvelle Vague charakteristisch ist, mit einem klassischen Motiv der Malerei. Man geht bei Varda, die durchaus das intellektuelle Zentrum der Nouvelle Vague bildete, gewiss nicht fehl, wenn man diese Szene hier als Bearbeitung eines Motivs aus der Kunst liest. Genau. Interessant. Geht aber auch so. Finus als Göttin der Schönheit, die sich im Spiegel betrachtet, ist das Motiv eines berühmten Gemäldes von Velázquez. Der Blick des Malers und des Betrachters sind dort, wo in der Aufstellung von Birkin, Spiegel, Kamera, Varda und Publikum, Entschuldigung, der Blick des Malers und des Betrachters sind dort, wo in der Szene, die wir zuerst angeschaut haben, Birkin, Spiegel, Kamera, Varda und Publikum sind. Da ist bei Velázquez nur der Maler, der aber eben in seiner Präsenz durchaus einkalkuliert ist. Velázquez Bild, das jetzt eben fehlt, aber Sie kennen das, ist seinerseits eine Bearbeitung einer älteren Fassung des Venus-Motivs von Titian, der berühmten Venus von Urbino. Diese Venus-Bearbeitung nun gehorcht, Varda's Regel, Regarde, il le faut, sie schaut den Betrachter und den Maler an. Bemerkenswert an diesem Bild ist die Komposition mit den beiden Zofen im Hintergrund, die aus einer Kleiderkiste etwas herausholen. Cleo in der Szene, die Sie gerade gesehen haben, ist zwar nicht nackt und sie liegt auch nicht, aber wie Velázquez Venus erscheint ihre Schönheit im Spiegel und wie Titians Venus hat sie die Unterstützung von gleich zwei Zofern oder Helferinnen, ihrer Assistentin, ihrer Zoferbegleiterin und der Verkäuferin des Hutladens. Man könnte in diesem Sinne sagen, dass die Szene in Cleo die Poetik des Alltagslebens, der Nouvelle Vague, mit den Venneren von Velázquez und Titian verbindet und Shopping in Paris der 60er Jahre zum Stoff einer Reflexion über weibliche Schönheit macht, die an grosse Motive der Malerei anschließt. Findet Varda in Cleo de Saint-Cassette die Venus noch auf der Strasse, wird die Bezugnahme auf Titian in Jane B. Bach-Agnès-W. direkt und explizit. Dass Vardas Spielregel für ihr Porträt von Jane Birkin etwas mit der Ikonografie der Schönheitsgöttin Venus zu tun hat, zeigt sich schon in der allerersten Einstellung des Films, die noch vor dem Ausschnitt kommt, den wir gerade gesehen haben. Eine der Spielsituationen, in die Varda Birkin in ihrem Film versetzt und zu der sie im Laufe des Filmes immer wieder zurückkehrt, ist ein Tableau vivant, eine Inszenierung von Titians Venus von Urbino. Was ist denn das für eine PowerPoint? Gut. Immerhin haben wir die Venus von Titian. Das ist auch was Schönes. Ja, was ich Ihnen jetzt... Aber Sie sehen es gleich. Sie sehen es gleich. Ein Werbestil für den Film, das Sie jetzt eben leider nicht sehen, zeigt Birkin in Strassenkleidung in der Position der Venus da liegen. Im Film selbst sehen wir Birkin in ihrem allerersten Auftritt in der Rolle der Zofe da im Hintergrund. und später rückt sie dann vor und nimmt die Position ein, die wir sehen in dem Clip, den Sie jetzt gleich sehen. Ein Travelling, eine seitliche Seitwärtsbewegung der Kamera als Caress, als zärtliches Nachzeichnen der Körperform, das in einen Blick, der in die Kamera mündet, der die Frage, wer hier uns anschaut und wer Wien anschaut, nicht wirklich beantwortet, sondern noch vertieft stellt. In der Tableau-Vivant-Inszenierung von Titians Venus, die im Laufe des Films wieder mehrfach aufgegriffen wird, trägt Varda sukzessive die verschiedenen Ebenen und Schichten des Bildes ab, indem sie eben Birkin in den verschiedenen Rollen und Positionen einsetzt. Dieses Abtragen der Schichten, Birkin erst vorne, Birkin dann hinten, ganz mal von Birkin zuerst hinten, dann wieder vorne, dann wieder hinten. Dieses Abtragen der Schichten erinnert nun wiederum an eine andere Szene aus Cleo de Saint-Cassette, die Szene, die unmittelbar vor der Hutladenszene kommt. Cleo und ihre Zofe sind im Café. Cleo hat eine emotionale Krise, sie heult, ihre Zofe beruhigt sie und bestellt ihr einen Café und beginnt dann, einem Gast im Café eine Geschichte aus ihrem eigenen Leben zu erzählen. Cleo kriegt ihren Kaffee, trinkt ihn, fasst sich langsam. Es folgt ein Schnitt auf eine Einstellung, die Cleo links vor einem Wandspiegel zeigt und rechts den Blick auf den Innenraum des Cafés eröffnet, also so ein Blick in die Tiefe wie hier, mit weiteren Spiegeln an der Rückwand. Die Bewegungen der Kellnerinnen und der Gäste werden immer gedoppelt, Figuren scheinen seitwärts aus dem Spiegel hervorzutreten und darin zu verschwinden. Um die Ecke von Cleo unterhält sich ein Paar, das sich streitet. Die Zofe erzählt weiterhin ihre Geschichte. Cleo hört ihr nicht zu, bildet für sich eine Ebene des Bildes, schaut so ein bisschen zur Seite, daneben das Paar, dessen Gespräch wir ebenfalls hören. Der nächste Clip, bitte. Diese Einstellung, die Sie gerade gesehen haben, erzählt etwas. Es passiert zwar in der Narration nicht viel, aber sie erzählt, wie Cleo sich fast zugleich handelt, es sich auch um eine Vue, um eine Stadtansicht. Es passiert viel mehr als das, was für den Film erzählt wird. Es werden gleichzeitig drei Situationen angespielt und im Grunde noch mehr, wenn man den Hintergrund in seiner ganzen Tiefe ausschöpft. Die Einstellung, die Sie gesehen haben, am Ende kann man im Grunde auch lesen wie ein Lumière-Film, also einer jener frühen Filme, die aus nur einer einzigen Einstellung bestehen und zeigen, was sich in einer Stadt gerade vor der Kamera so zuträgt. Wie jede Stadtansicht hat auch diese Stadtansicht etwas Flüchtiges und der Beobachterstammpunkt der Kamera entspricht auch dem Stammpunkt eines Flaneurs, der die Stadtgeschehnisse in sich aufsaugt, ohne sich daran wirklich ganz einzulassen. Zugleich aber ist diese Einstellung und mit ihr die ganze Szene durch und durch komponiert und stilisiert und das alltägliche gewinnt Kontur gerade in dem Mass, in dem es eine Form gewinnt, die über eine kompositorische Stränge und einen semantischen Reichtum verfügt. Wie bei Titians Venus von Urbino stellt sich bei dieser Einstellung die Frage, was eigentlich im Hintergrund passiert und in welchem Verhältnis das, was im Hintergrund passiert, zu der Schönheit der Protagonistin zum eigentlichen Thema oder Einstellung im Vordergrund steht. Was wir sehen, ist ein Porträt in Relationen. Der Bildraum wird zu einem Raum der Reflexion. Es ist zwar ein zufällig aufgefundener, ein Strassenraum, aber in dieser Einstellung, in Cléo de Saint-Cassette, wird der Strassenraum zum Raum der Reflexion und er wird es vollends im Modus des Tableaux vivants wie in Jane B. B. Agnès W. Mit dem Unterschied eben, dass Jane Birkin die Regel befolgend und mit Anstrengung in die Kamera schaut und Corinne Marchand, die Schauspielerin hier, nicht in die Kamera schaut, auch wenn sie der Kamera frontal gegenüber sitzt. Cleos Blick bleibt nach innen und auf die Umgebung gerichtet, aber die Szene bezieht ihre Spannung gerade daraus, dass sie auch in die Kamera blicken könnte, und nur einfach zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist, um den Blick der Kamera zu erwidern. Man könnte sagen, dass die Kamera und mit ihr Varda in Cléo noch nicht Teil des Bildraumes sind, so wie sie das werden bei Jane B. B. Agnès W., wo Varda ja sagt, manchmal ist auch die Kamera noch im Bildfeld und manchmal auch ich und ich bin die Kamera. Man könnte eben sagen, dass die Kamera noch nicht diese Position hat in Cléo, genau darum schaut Corinne Marchand auch nicht in die Kamera, weil sie noch nicht Teil ihrer Welt ist. Die frühen Lumière-Filme, die jeweils eine Minute lang sind, hat der belgische Filmwissenschaftler Livio Beloy mal in einer genauen Analyse so beschrieben, dass er gesagt hat, am Ende endet es immer damit, dass die Gefilmten realisieren, dass sie gefilmt werden und in die Kamera blicken und sich vor die Kamera drängen, also zu gaffern werden, die den Blick der Kamera erwidern. Damit wird die Kamera in den Bildrahmen hineingezogen und zum Akteur, der allerdings dann eben einer Spielregel folgt, die der Kameramann nicht immer noch kontrollieren kann. In Cléo gibt es eine Szene, in der die Kamera den Standpunkt der Protagonistin auf dem Gehsteig einnimmt. Corinne Marchand spaziert über den Gehsteig mit dem Ergebnis, dass die Passanten ausweichen und zugleich in die Kamera blicken. Das ist ein spontanes Verhalten. In der Szene funktioniert das als Reaktion auf die auffällige Schönheit der Protagonistin, der Blick gilt aber eigentlich der Kamera. Das ist ein Moment, in dem die Kamera doch auch in diesem früheren Film von Varda schon Teil des Bildraums wird. Einer jener häufigen Momente bei Varda, in denen die Form sich öffnet und das noch Formlose in sich aufnimmt, in der das fertige Bild, wenn man so will, wieder Skizze wird. Wenn wir, wie ich es hier vorschlage, nach einer Poetik des Spiels bei Varda fragen, dann gehört dazu nicht nur das Setzen von Spielregeln und das spielerische Abtragen von verschiedenen Schichten des Bildraums, sondern eben auch die Technik der Skizze, die Technik, das Verfahren, das fertige Bild auf den Prozess, den Vorgang seiner Entstehung hin wieder zu öffnen. Ende der 1960er Jahre hielt sich Agnes Varda längere Zeit in Kalifornien auf, um einen Film für die Columbia Studios vorzubereiten. Die Vertragsverhandlungen versandeten. Varda beharrte darauf, bei der letzten Fassung, also den Final Cut zu haben, die letzte Fassung des Films bestimmen zu können und nicht das Studio darüber bestimmen zu lassen, wie der Film ausschaut, der ins Kino kommt. Da konnte keine Einigung erzielt werden, der Film wurde schliesslich nicht gedreht. Stattdessen, statt dieses geplanten Hollywood-Films, drehte Varda Lion's Love mit dem Warhol-Superstar Viva in der Hauptrolle, über den Mark Siegel im Sommersemester sprechen wir. Ebenfalls in Kalifornien drehte Varda Ende der 60er Jahre einen Dokumentarfilm über die Black Panther- Bewegung in Oakland, den Wiederzusehen sich unter anderem deshalb heute lohnt, ja geradezu aufdrängt, weil man beim Sehen realisiert, dass die politischen Anliegen der Panthers im Grunde noch genau die gleichen sind und das ist das Erschütternde daran, wie diejenigen der aktuellen Black Lives Matter-Bewegung, die sich gegen Polizeigewalt in den USA richten. Ebenfalls in Kalifornien entstand in dieser Zeit der Kurzdokumentarfilm Uncle Janko ein Porträt eines Cousins von Vardas Vater, der als Collage-Künstler in der Hippie-Community South Salito auf einem Hausboot lebt. In der Mitte des Films gibt es eine Szene, in der Varda nachstellt, wie sie Uncle Janko zum ersten Mal begegnet. Anstatt in dem Film einfach ein Reenactment als Aufzeichnung einer ersten Begegnung auszugeben, zeigt Varda die verschiedenen Anläufe zu dem Reenactment. Clip 5, bitte. Jetzt wissen Sie auch alles über die Familienhintergründe von Agnes Varda. Die Vardas sind Griechen aus Smyrna, aus Vorderasien. Und Agnes' Vorfahren sind von Smyrna bei der Vertreibung der griechischen Minderheit nach dem Ersten Weltkrieg nach Belgien ausgewandert, wo Agnes dann geboren wurde. Man könnte diese Szene mit dem wiederholten Anlaufen als eine Art von historiografischem Stottern beschreiben. Es liegt natürlich nahe mit Begriffen wie Medienreflexion und Dekonstruktion zu beschreiben, was Varda hier zeigt. Die Frage ist, ob man damit das Verfahren wirklich genau trifft. Ein vergleichbares, mehrfaches Ansetzen gibt es etwa auch in einer Szene in Lion's Love. Eddie Konstantin, der bei Godard unter anderem in Alphaville auftritt, steht da plötzlich vor der Tür von Viva. Er ist ein ehemaliger Liebhaber von Viva und möchte gerne die alte Liebschaft wieder aufleben lassen. Aber Viva lebt mittlerweile in einem interessanten Dreiecksverhältnis und hat für Eddie Konstantin keine Verwendung und der muss dann wieder weggeschickt werden. Und auch hier ist die Szene, die im fertigen Film vorkommt, merklich aus mehreren verschiedenen Takes und Anläufen zusammengeschnitten, aber eben nicht fugenlos, sondern so, dass die unterschiedlichen Anläufe sichtbar werden. Diese Form des Stotterns, des mehrfachen Ansätzen, hat aber eben nicht den Effekt, würde ich sagen, dass die Illusion zerbricht, so wenig übrigens wie der Blick in die Kamera von Jane Birkin, was unter anderem dies als Nebenbewerbung darauf hindeutet, dass das, was wir auf der Leinwand sehen, gar keine Illusion ist und entsprechend auch nicht zerstört werden kann. Der Effekt ist vielmehr einer, der an den Alfresco-Pinselstrich in der Malerei der Renaissance, etwa bei Tintoretto, erinnert. Der Eindruck des Hingeworfenen, das zugleich vollendet und unfertig ist, gelungen aber auf seine Entstehung hin immer noch offen und damit auch auf seine Fortsetzung und Erweiterung hin. Man kann darin eine Spielart der Zerstörung der Form sehen, die den Romantikern so lieb war, aber es handelt sich zugleich auch um ein Gestus des Probens, des Erprobens, des Variierens, des Noch-Einmal-Spielens, des Verbesserns, des Veränderns. Zugleich aber eignet diesem Vermeiden der fertigen Form, denn darauf läuft es ja auch hinaus, so etwas wie ein Moment des Selbstschutzes. Die Schönheit des Nichtvollendeten, des Nichtperfekten, des Fehlerhaften ist ein wichtiges Thema in Jane B. Bach an ISW. Birkin spricht darüber, dass sie selbst ein Faible für nichtperfekte Körper habe und Varda und Birkin in ihrem Dialog entwickeln den Gedanken, dass perfekte Schönheit in gewisser Weise immer schwerer auszuhalten ist und zur Überschreitung einlädt. Der nächste Clip, bitte. Der Ausschnitt, den Sie gesehen haben, beginnt eben mit dem Hass der Zofe auf die Schönheit der Göttin, die dann beschmutzt werden muss mit den Fliegen und der Schlüsselsatz ist eben «La bote c'est un scandale», die Schönheit ist ein Skandal. Das Stottern der Montage, das Überschreiben und Überzeichnen und mit anderen auch das Unterzeichnen ist eine durchgängige Technik bei Varda oder verweist auf eine poetische Strategie. Es geht beim Skizzenhaften in Vardas Filmen nicht nur darum, das Bild auf seine Entstehung hin offen zu halten, sondern, wenn man so will, auch darum, der Perfektion, dem Skandal der vollkommenen Schönheit in gewisser Weise auszuweichen. Wie ich eingangs sagte, ist Birken für Varda deshalb so faszinierend, weil sie mit ihrer androgynen Schönheit eine Vielzahl von Assoziationen und Projektionen auslöst und zulässt. Das irrisierende, immer wieder sich Verschiebende von Birkens Schönheit hat in diesem Sinne an sich schon etwas Skizzenhaftes. Das betrifft auch und gerade die Geschlechterrolle und das, was wir mittlerweile Geschlechteridentitäten nennen. Birkens Schönheit ist auch eine weibliche, aber nicht nur, eine weibliche Schönheit. Ihre Anziehungskraft liegt auch gerade darin, dass sie die Frage aufwirft, ob es so etwas wie eine feststehende Geschlechteridentität überhaupt geben kann. Zu Vardas Oeuvre gehört auch eine Vielzahl von Kurzfilmen und einer der schönsten davon ist L'édite Cariatide, ein Kurzfilm nach einem Text von Baudelaire, der sich mit den Statuen von Frauen, vor allem Statuen nackter Frauen befasst, die in Paris Ossmans seit dem 19. Jahrhundert zum Fassadenschmuck gehören. So zahlreich und alltäglich geworden sind die Statuen, dass man sie als Bewohner von Paris kaum noch bemerkt und Varda nimmt sich ihrer an, indem sie den Blick ihrer Kamera auf diese Architektur und Textur der stadtgeworbenen Form weiblicher Schönheit richtet. Es würde sich anbieten, ausgehend von dem Film noch einmal zu Cleo zurückzugehen und über die Statues-Geschönheit von Corinne Marchand und ihre Eingliederung in das Strassenleben von Paris nachzudenken, aber ich will in eine andere Richtung und an diesem Nachdenken über die Androgynität festhalten. Was mich hier interessiert, ist deshalb der Anfang von L'édite Cariatide und er geht so. Nächster Clip, bitte. Das ist, wenn man so will, wiederum ein Lumière-Film, eine Stadtansicht im Kleinen, eine Einstellung einer Strassenszene und natürlich zugleich ein fleischgewordenes Gedankenexperiment als filmische Mise en Seine realisiert. Was passiert eigentlich, wenn man mit derselben Selbstverständlichkeit mit der nackten Frauenkörper die Fassaden und das Stadtbild schmücken als nackter Mann durch die Strassen des morgendlichen Paris geht? Die Szene braucht gar nicht länger zu sein, damit wir uns vorstellen können, wie sehr dieser männliche Cariatide die Blicke der Gaffer auf sich zieht und ziehen wir alles Nachfolgende, die ganze Reflexion über die weiblichen Formen der Schönheit, sehen wir im Zeichen genau dieser Vorstellung. Durch den Geschlechtertausch, eine kurze Operation des Gender Engineering, wenn man so will, hat uns Varda in die Position gebracht, die Cariatiden mit einem Blick zu betrachten, dem gerade das Selbstverständliche einer etablierten Geschlechterorganisation fehlt und uns in die Position gebracht, gewissermaßen aus der Position des nackten Mannes die Nacktheit der weiblichen Statuen nachzuvollziehen. Androgynität. Ich komme zum Ende. Vardas Poetik ist eine Poetik des Spiels, des Setzens von Spielregeln statt des Befolgens und Erfüllens von Formvorgaben, des Durchspielens, Erprobens und Variierens von Situationen eher als einer Zerstörung der Form. Und wenn das generative Prinzip der künstlerischen Arbeit bei Varda nicht eine Formvorgabe, sondern eine Spielregel ist, dann gehört zu dieser künstlerischen Arbeit auch, dass sie ergebnisoffen bleibt und dass auch das fertige Werk noch Entwurf ist, zumindest ein Entwurf für ein nächstes Werk. Sowohl Cleo als auch Jan Birkin sind Sängerinnen, Chansonieren. Sängerinnen proben, wiederholen, variieren, bevor sie aufnehmen oder auf die Bühne gehen. In Cleo hören wir die Sängerinnen am Radio, im Taxi, aber wir sehen sie nicht auf der Bühne. Dafür sehen wir sie beim Proben. Ihre Songschreiber kommen vorbei, um ihr neue Lieder vorzuschlagen. Eines davon funktioniert und wir sehen fast zu gut für Cleo. Bei diesem Clip bitte bei Minute 1, 13 anfangen. Mit dem Einsatz der Streicher wechselt das Register der Darstellung und die Probe wird zur Aufführung, aber zugleich wird die Spielszene zum Porträt und die Venus blickt in die Kamera. Ein ähnlicher Übergang findet sich in Chain Beep bei Agnes W. Birkin ist zu sehen, wie sie mit ihrem ehemaligen Lebenspartner und künstlerischen Mentor Serge Gainsbourg im Studio einen Song probt. Danach ist sie auf der Bühne zu sehen bei einem ihrer ersten Live-Auftritte. Es geht auch darum, dass das einer ihrer ersten Live-Auftritte ist. Sie werden sehen, sie muss ins Rampenlicht geschoben werden. Das sehen wir jetzt im letzten Clip. Das Bedeutsame in der Szene ist nicht nur, wie die Probe zur Aufnahme und zum Konzert wird, sondern wie die Sängerin und Schauspielerin sich auch noch als Schriftstellerin zu erkennen gibt. Ein Übergang mit Konsequenzen. Die Geschichte, die Birkin schreibt, wird Teil des Films, den sie gerade dreht, mit Varda, aber nicht nur das. Es ist die Liebesgeschichte einer Frau um die 40 mit einem 15-jährigen Jungen und diese Geschichte wird zum Stoff für Vardas nächsten Film, den Spielfilm Kung Fu Master, den Varda und Birkin noch während des Drehs zu J&B Bahaniaswe anfangen und der ein Jahr später dann als eigenständiger Kinofilm ins Kino kommt. Und in dem, und das ist nun das andere Bedeutsame, Birkins beide Töchter in den Nebenrollen zu sehen sind, Charlotte Genspeau, eine Schauspielerin, die mittlerweile bekannt ist, unter anderem als eine der Schauspielerinnen, mit denen Lars Funtrier immer wieder gearbeitet hat, und Lou Douillon, das zweite Kind, das zweite Mädchen von Birkin, die spielen in dem Film mit. Und die männliche Hauptrolle wiederum spielt Vardas Sohn Mathieu Demi, die Rolle des 15-jährigen Computerspiel- Freaks, der sich in die Mutter einer Klassenkameradin verliebt und mit der eine Affäre hat. Cain Bipa Anieswe ist zugleich der Ertrag eines Spiels und der Entwurf eines weiteren Films, also das generative Prinzip trägt sich weiter. Man könnte sagen, dass der Film die schwerwiegende und ich meine das im Sinne von gewichtig schwerwiegend, die Frage, was Film ist, vollends umdeutet zur Frage, was es denn überhaupt heisst, Filme zu machen. Für Vardas selbst, für ihre Mitspieler, für ihre Porträtierte und ihren Dialogpartner Jane Birkin und für die, die da auch noch dazugehören, für ihre Familien. Kunst ist schön, aber macht viel Arbeit, sagte Karl Valentin einmal. Für Vardas ist Kunst ein Spiel oder genau noch ein Jeu d'Enfant und ein Jeu avec Enfant, ein Kinderspiel. Vor mittlerweile 61 Jahren hat Vardas ihren ersten Kinofilm gedreht. Wie Sie von Urs Spörri schon gehört haben, ist sie gerade mit der Montage ihres neuesten Films beschäftigt. Nicht nur wegen dieser langen Dauer des Werks ist Vardas, wie Sie entweder schon wissen oder im Laufe des nächsten Jahres entdecken werden eine Jahrhundert Figur. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit Jane B. Pah Anjes V. Ja, vielen Dank lieber Vincent für diese wunderbare Einführung, die uns sicher Lust und Freude macht jetzt auf den Film. Wir machen kurz zehn Minuten Pause. Das Filmcafé hat auch noch geöffnet. Sie können sich noch mit einem Getränk ausstatten und dann geht es gleich los mit Jane B. Pah Anjes Wie. Bis gleich.